Die sind alle nur Level 1. Ich glaube, die wollen uns gar nicht anwerfen. Äh, was machen die Dinger? Uh, die pinkeln auf mich. In der Schildo, da sind die Edwood. Ja, das stimmt. Die haben halt extrem starke Schildo dafür. Und so, ja, ein Schuss reicht bei meiner Waffe eigentlich. Wer kommt der denn? Ach, er frisst einfach jetzt ganz viel Schockschaden. Jetzt könnte ich ihn richtig platt machen. Okay, der ist down. Ich bin Level 34. Erdien 1, das ist, glaube ich, für dich, oder? Guck nach. Osten ist Artefakt. Ja, für Berserker kriegst du halt. Cool, freundlich. Wäre gut, wenn es jetzt in Abgrund gefallen wäre. Das fände ich jetzt richtig geil. Das passiert doch manchmal. Eine Säure, äh... Ja, Säureschlag finde ich cooler. Was ist das denn für ein Teil? Achso, das ist was für dich. Ich kann sie nicht benutzen, vielen. Ja, ich bin gerade erst 34 geworden. Guck mal, ich hab die Mobs hier schon wieder überholt. Ich bin einfach zu gut. Moment, Moment. Was ist mit den Viechern da oben? Die müssen wir töten, Mann. Nicht weiterlaufen. Da, die sind Level 1. Jetzt greifen sie uns an, endlich. Ich hab schon erwartet, sie greifen uns nie an. Moment, kann man die überhaupt töten? Nee, die kann man nicht töten. Das sieht nur so aus. Tötet ihr die wirklich? Oh ja, Tatsache. Warum treffe ich die denn überhaupt nicht? Wir müssen Verschwendung. Oh, ich dachte, da kriegt man irgendwas. Okay, weiter nach unten. Sind wir denn... Ist das jetzt die Kammer oder geht's hier nur runter zur Kammer? Sieht nämlich sehr hübsch aus hier. Nach einer Kammer aussieht. Naja, es sieht schon ein bisschen nach einer Kammer aus. Oh, ich darf nur noch anhalten, anhalten. Feuer. So, der ist auseinandergefallen. Ist der andere. Wo ist denn der andere hingeflogen? Oh oh. Warte, ist dieser runter? Wir müssen warten. Warten, warten. Sky hat den Kampf verlassen. Es geht immer rauf und runter, das Vieh. Was macht das? Es hat Lag. Es hat Brain Lag, Mann. Guck mal, es ist tot eigentlich. Jetzt ist es tot, so. Wie? Du hast dafür SMG-Kann. Du hast ein Level abbekommen, okay. Warten wir mal auf Flo. Nachdem ich die Waffe jemanden habe. Ich habe ein ganzer Kappel-Sets. Zack, zack. Ist das nicht schlimm. Hä, Shotgun 11? Ich benutze schon seit Ewigkeiten keine Shotgun mehr. Ich habe nur eins, was Level 13 ist. Das ist Sniper-Rifle. Alles andere ist unter 10. Das ist schon ein bisschen schlecht, ne? Ich nutze gar nicht meine Waffe, glaube ich. Oder ich level das langsam mal ab, weil ich Berserker bin. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß, wer weiß. Ne, gut. Hör auf, rumzustöhnen. Da bin ich ja wieder. Ja, da ist er ja wieder. Ich würde mal sagen, schlechtes Internet, nicht? Ich bin gerade aus dem Netzwerk rausgeflogen. Keine Ahnung, was passiert ist. Höchst flammbar. Ja, du bist ja auch aus Teamspeak rausgeflogen, ne? Ja, ich bin überall rausgeflogen. Ja, dann würde ich mal sagen, schlechtes Internet. Wir warten auf dich. Wir haben nur einen, zwei Gegner getötet. Ja, ich bin da gleich wieder drin. Ja, jo. Dafür nehme ich ja dauerhaft auf. Das ist kein Problem. Ich schneide dann so, dass wieder keiner was bemerkt. Oder ich schneide einfach gar nicht, weil... Eine interessante Konversation über Waffen. Schön, dass ihr immer eine Konversen... Konversen... Konversen führt. Ihr redet miteinander. Wir reden nicht miteinander, wir tun nur so. Ihr konserviert nur? Ja, ich konserviere. Ich konserviere, André. Oh, oh. Ich will da noch nicht runter, aber es sieht interessant aus. Kann nur noch ein paar Sekunden... Oh, da unten ist eine Waffenkiste. Okay. Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Wir gehen da nicht runter, solange du nicht wieder hier wirst. Wahrscheinlich fällst du da runter einfach sofort. Stirbst. Das wäre lustig. Noch am Stundenhandeln. Oh, die Musik finde ich erstmal gut. Die habe ich nicht an. Ja, du nicht, aber ich finde sie gut. Es geht auch mehr darum, dass die Zuschauer mal richtig drauf achten. Das ist dieses ganz Unheimliche, dieses... Man weiß nicht so recht, was einen erwartet. Aber... Ja. Okay. Ich glaube, das war genug gehört. Und diese... Diese Level 1 Trashfeeder, das bedeutet irgendwas. Die habe ich noch nie gesehen vorher in dem ganzen Spiel. Mehr Spieler, gleich stärkere Gegener. Starke Gegener, gleich bessere Beuter. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist so viel Philosophie. Den haben neues Inventar. Gut, dass ich kurz reinkomme. Okay, ich sollte vielleicht keine Munition an den Viechern verschwenden. Da ist er wieder. Und dann erinnerte auch seinen Namen zu Roland. Und ist irgendwo auf der Karte. Nee, nicht mal mehr zu sehen. Oh, oh. Ich bin noch nicht gejoint. Jetzt bin ich hier oben. Also, wenn man so die Map öffnet, sieht das interessant aus. Hier oben. Ja, ja. Dann kommen wir wieder in die Richtung. Gut, dann können wir jetzt auch weitermachen. Oh, ich habe immer noch einen Skillpunkt, den ich verteilen muss. Jetzt lagst es auch nicht mehr so. Perfekt. Kann ich hier runterspringen, ja. Äh, mehr Schaden. Man kann eine Raterkaffe machen. Nee, das benutze ich nicht. Nein, die sehen nur so aus. Okay, dann können wir jetzt hier weiter, oder? Ich gehe mal direkt auf die Waffenkiste. Eine SMG und eine Combat Rifle, die ich mir einfach mal gönne. Oh, da liegt Munition rum. Das freut mich. Ich könnte die nämlich dringend mal brauchen. Oh, was denn da passiert? Äh, ist irgendjemand gestorben. Sie sehen so weif aus. Oh, sein Gesichtsausdruck. Warte mal, sein Gesichtsausdruck. Oh, falsche Waffe. Du, steht es direkt vor mir. Ich will auch gucken. Nein, verboten. Er hat seine Augen noch offen. Er ist so... Sein Gesicht sagt, er ist tot. Oh, ich konnte auch noch ein bisschen was davon gebrauchen. Verdammt. Oh. Okay. Was ist da los? Kämpfe. Ich seh's. Boom. Uh, das hat mich da getroffen. Machen wir erstmal die Seelenwächter platt. Mopsi ist auch Level 34. So, die fliegenden Viecher sind schon mal fast alle weg. Hier ist noch einer. Ein Seerwächter. So, down. Ich glaub, die sind wirklich, äh, sehr anfällig auf Schockschaden. Also, extrem. Ach, guck mal da unten. Der kämpft ist ja auch. Wir gucken von hier oben einfach mal zu. Ach, kämpft euch... Kämpft mal das selbst aus. Wollen wir mit in den Kampf gehen? Nö. Der eine schießt schon... Ja, die schießen schon auf uns. Ich glaub, wir können gleich hier runter gehen. Ist schon jemand unten? Geronimo! Raketenhagel hier. Wenn zwei sich breiten, folgt sich der dritte. Und klaut ihm die ganzen Sachen. Das ist schon wieder vom Raketenabstand nicht gut. Und schießt sich mehr so auf den Boden. Oh, ich hab keine Munition mit dem Raketenwerfer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kann ich ein bisschen Munition nachladen. Du machst das, oder Flo? Ich stell mich hinter deinem Skorpion einfach mal hin. Oh, schade. Da ist er schon leer. Die Waffenkisten sind interessant. Es gibt so viele von denen. Ich wette, mein Inventar ist gleich wieder voll, wenn ich alles mitnehme. Ah, die ist besser als meine. Was selten passiert, aber was passiert. Ach, toll. Alles terrible. Die ist schlechter. Ich hör doch hier schon wieder so'n Klapp-Klapp. Ich nicht. Ich hab, äh, die Sirene sprechen hören. Ob sie hat irgendwas gesagt. Irgendwas mit großartig. Das ist großartig, glaub ich. Uh, ein Radio. Einschalten? Nee. Äh, Gegner. Oder wer hat grad... Doch, ich hör sie doch. Da oben sind sie. Oh, oh. Das Tor geht auf. Zurück, Zug. Ich würd da nicht so weit hinten... So nah neben denen stehen. Danke, hab ich gesehen. Ja. Ich hab extra Rückzug gesagt. Ich meinte das diesmal ernst. Da oben ist irgendwie immer noch ein Gegner. Er will da auch nicht so schnell hervorkommen. Beziehungsweise, ich treff ihn von hier einfach gar nicht. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg. Dann würd ich mal auch in den Kampf eintreten wollen. Ich dachte grad, meine Pumpkin hat ihn entzündet. Und dann ist mir aufgefallen, das geht gar nicht. Geld. Ich hab ja noch in der Luft aufgefangen. Da ist übrigens die Tür. Ja, ja. Wo? Achso, da hinter der... Hinter dem Tor? Was sich geöffnet hat? Weiß ich nicht. Weiter nicht drin. So, hier geht's irgendwie weiter. Oh, oh. Das ist wirklich ein Abstieg hier, aber richtig cool. Ich spring mal hier rüber. Oh, da komm ich nicht hin. Alles hübsch nachgeladen. Oh, das ist vielleicht nicht runter. Ja. Oh. Sehr gut. Ich bin abgerutscht. Ich glaube, wir sind sehr, sehr nah dran. Es schneit. Schneit das? Ja, das schneit. Das ist Fallout. Oh. Wär doch cool. Hätt ich jetzt nichts dagegen. Dann klick mal drauf da. Warte mal ganz kurz. Warte, warte. Achso. Ist doch egal. Ist doch nur der Portion. Okay. Von mir aus. Okay, dann. Von mir aus mal. Komisch aus. Die Viecher sind ja auch beschwert. Ich würde vorsichtig sein. Und die Schockwaffe möglichst rausholen. Die kämpfen immer noch gegen die anderen. Das heißt, sie sind immer noch leichte Beute. Oh, wow. Ich brauche eine ganze Weile, bis ich so einen Erzwächter mal platt gemacht habe. Wenn ich mal treffen könnte, danke schön. Dann levelt sich meine Sniper-Ref-Ekenntnis auch mal ein bisschen hoch. Die kämpfen wirklich ganz schön angespannt, ne? Okay, zwei Schüsse auf die fliegenden Viecher reichen aber aus. Ja, mach du die Fliege, Viecher. Da ist er down. So. Jetzt sind sie beide tot. Oh, ich mag den Schnee. Ist zwar schlecht animiert, aber es sieht trotzdem irgendwie nett aus. Weil es so eine Abwechslung ist. Ich höre immer noch Kämpfe. Oh, da unten geht es richtig ab. Frisst erst mal eine Säuregranate. Jetzt sind die alle ausgewichen, ne? Na, doch nicht. Haha, sie sind zurückgelaufen. Was für Deppen. Ist da jemand mitten im Geschehen? Ne, das sah nur so aus. Hm, ja, mich. Ich sehe nur Zahlen. Von meinem Säureschaden. Oh, der ist vor mir auseinandergebrochen. Oh, oh, Säure, Säure, Säure. Falsche Waffe. Ich müsste mal nachladen. Okay, da ist er down. Was ist das? Äh, ne. Nehme ich nur so mit. Oh, da oben sind noch mehr Fliegefiecher. Na, dann gucken wir mal. Okay, da hat sogar ein Schuss gereicht diesmal. Ist das dein Turm, der da rumschießt? Nein. Hier geht es nicht weiter, also müssen wir da lang. Dann kämpfen die da oben auch noch wie die Verrückten. Gegner. Gesetzeshüter? Was für schlechte Namen wählen die denn für ihre Gegner aus? Uh, Crit. So ein Schock-Crit auf die Gegner macht ganz schön Damage. Ne, Gooster. 2222 EP, was für eine tolle Zahl. So. Äh, Achtung. Was hat der denn fallen gelassen? Ah, schlechter. Die wollte ich eigentlich nicht aufnehmen, egal. Was, was? What? Ich glaube, du wurdest von ihm getroffen, da hinten. Die schießen gerade auf uns. Mit ihren Mörsern. Da ist irgendein Fliegeteil. Mann, ich will jedes Mal den... Aus irgendeinem Grund will ich immer den Raketenwerfer anstatt das, was ich eigentlich wählen möchte. So. Oder war noch so ein Artefakt, ne? Äh, hier ist eins... Achso, das habe ich schon. Ja, das ist trotzdem für mich. Nur Munition. Noch mal Munition. Was ist denn der Typ da? Uh, da ist er auseinandergefallen. Sobald die Schilde weg sind, sind sie echt leicht. Ja, und nur so eine Strichmengchen. Jopp. Die Wächter hingegen sind dann doch schon ein bisschen schwerer. Boah, jetzt bin ich schon Level 15, was die Kenntnis angeht.